Ich würde sagen, wir haben mittlerweile über 150 Menschen eher zu dem richtigen Lifestyle verholfen. Das Endprodukt ist selbstverständlich die Immobilie, aber es geht gar nicht nur um die Immobilie selbst. Hallihallo, lieber Daniel. Ich freue mich, dass wir uns beide heute wieder im Zoom wieder treffen. Und ich stelle dich mal für unsere Zuschauer kurz vor. Wenn du magst, kannst du es ja ergänzen nachher. Wir beide haben uns ja im Frühjahr 2023 kennengelernt. Und weil ich es auf Zypern und mit dir so gut fand, bin ich ein paar Wochen später gleich noch ein zweites Mal nach Zypern gefahren oder geflogen. Beim zweiten Mal mit meiner Frau bei euch auf der wunderschönen Insel Nordzypern. Und du selber bist ja vor drei Jahren, meine ich, nach Zypern, nach Nordzypern ausgewandert und lebst dort. Das heißt, du lebst dort, wo deine oder unsere zukünftigen Kunden ihre Traumimmobilie oder das Betongold, wie ich es immer sagen würde, als Investment kaufen. Du hast selber, hattest du mir damals schon gesagt, drei Immobilien als eigenes Investment schon gekauft. Und, so kann man es auch auf deiner Website lesen, hast du in den letzten zwölf Monaten mehr als 120 Immobilien an glückliche Kunden vermitteln dürfen. Und du bist auch nicht alleine, sondern du hast dir ein Team aufgebaut und ihr gehört auf der Insel mittlerweile zu einem der größten Immobilienvermaklern. Und Zugang, das fand ich super spannend, zu sehr exklusiven Off-Plan-Projekten, die direkt von und mit dem Bauträger dann umgesetzt werden. Von daher, wenn das die einigermaßen richtige Vorstellung ist und ansonsten ergänzt es gerne, herzlich willkommen. Schön, dass wir uns hier sehen. Ja, erstmal vielen Dank, Michael, vor allem für die liebevollen Worte. Also es kann ja nur noch schief gehen jetzt, so wie du mich da geschrieben hast. Genau. Aber ja, im Grunde hast du recht, das kann man so sagen. Und es hat mich auch sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben, du nochmal wiedergekommen bist und wir jetzt heute auch hier dieses Interview führen. Eine Sache würde ich vielleicht noch ergänzen oder ändern. Wir haben nicht 120 Immobilien zu glücklichen Kunden gebracht, sondern ich würde sagen, wir haben mittlerweile über 150 Menschen eher zu dem richtigen Lifestyle verholfen. Und das Endprodukt ist selbstverständlich die Immobilie, aber es geht gar nicht nur um die Immobilie selbst. Das kriegt, glaube ich, jeder mit, der einmal hier auf der Insel war. Und das kannst du sicherlich auch bestätigen, weil sonst wärst du nicht noch danach paar Mal hier gewesen, oder? Richtig. Und da wäre jetzt auch schon, ich sag mal, meine erste Einstiegsfrage, weil ich immer mal wieder mit meiner Community so drüber spreche. Die gucken dann nochmal, Mensch, du bist da, da und dort. Und Zypern ist dann auch öfters mal dabei gewesen. Es gibt ja den einen Grund und den anderen Grund, einmal Lifestyle oder vielleicht auch ein paar andere Gründe, warum man nach Zypern fährt. Gerade wenn man Immobilien vielleicht kaufen möchte oder sich danach umschaut. Welcher Kunde, welcher Typ Kunde kauft bei euch? Was ist deine Erfahrung? Also das sind ja wahrscheinlich nicht nur die Superreichen, sondern halt auch Investoren oder auch ganz normale Menschen. Das wäre mal so die erste Frage. Ja, also es sind vor allem eher normale Menschen. Das ist sehr bunt gemixt und ich würde die eher in bestimmten Altersgruppen kategorisieren, weil von der Berufsbezeichnung, von den Branchen her ist alles vertreten. Und ob es jetzt der normale Angestellte ist oder der Selbstständige, der Unternehmer, der mehrere Mitarbeiter führt, da ist alles vorhanden. Ob es jetzt ein Dachdecker ist oder ein Arzt, das würde ich gar nicht nach Berufsbezeichnung einkategorisieren. Es sind auf jeden Fall nicht die Superreichen, das muss man auch dazu sagen, von Normal bis schon Besserverdiener. Und die meisten von denen, die zu mir zum Beispiel kommen, sind in der Regel Menschen zwischen 30 und 40. Das sind eher die, die sagen, okay, ich will jetzt was für meine Zukunft noch aufbauen. Ich bin jetzt gerade in dem besten Alter, wo ich vielleicht auch schon Geld gesammelt, also Geld zusammenverdient gespart habe und eben für mich in die Zukunft investieren möchte. Vielleicht möchte ich aber auch eben so ein bisschen diesem Chaos in Deutschland oder der EU entfliehen. Das geht mehr in Richtung, ich habe es satt da, wo es gerade ist. Und die zweite Gruppe, würde ich sagen, sind dann eher die zwischen 50 und 60. Die sagen, okay, ich will mein Leben nochmal genießen und ich will vor allem auch einen Plan B haben, in meiner Rente, nachdem ich halt hart gearbeitet habe, ich habe 45, 50 Jahre gearbeitet, um dann in meinem Paradies leben zu können. Das sind so die zwei Kerngruppen, die zu mir kommen. Und darin befindet sich, wie gesagt, alles an Berufsbezeichnungen, was man sich vorstellen kann. Ich habe alles schon hier erlebt. Ja, okay, okay, spannend. Die Frage ist ja dann, vom Gefühl her, ist es von deinem Gefühl her, von der Wahrnehmung, mehr der Kapitalanleger oder mehr Eigennutzer, die du da hast? Ich würde sagen, Kapitalanleger. Mein Gefühl sagt mir, aber es wären eigentlich viel mehr Selbstnutzer. Nur in Deutschland ist man ja gewohnt, viel Sicherheit um sich zu haben. Krankenversicherung, dies und jenes. Was es hier natürlich auch gibt, was viele nicht glauben oder nicht verstehen wollen, das gibt es überall auf der Welt, nicht nur in Deutschland. Aber die Hürde für viele ist noch zu groß, diesen Sprung zu wagen. Deswegen ist es eher etwas, ich lege mein Geld jetzt in etwas an, wo ich perspektivisch hinziehen kann, wenn es mal knallt. Viele sagen, wenn es dann mal knallt, dann habe ich meinen Ort und bis dahin vermiete ich das Ganze, lege mein Geld an, weil der Wert hier der Immobilien steigt halt jedes Jahr um 10, 15, 20 Prozent, je nach Region, je nach Immobilie an sich natürlich. Ja, ja, ja. Ja, also da muss ich sagen, sehe ich mich auch. Das ist ja auch immer so ein Gedankengang, wo ich gesagt habe, kauf dir vielleicht, so wie du es gemacht hast, ein Apartment in einer kleineren Größenordnung, wo du vielleicht auch mal selber einen Fuß reinsetzen möchtest für ein paar Wochen zur Eigennutzung und dann hast du eventuell zwei, drei weitere, die kommen ja nicht über Nacht alle auf einmal, die du dir dann in dein Portfolio reinsetzt, wenn halt der Zeitpunkt der richtige ist. Aber du sitzt ja an der Quelle, von daher kriegst du es ja immer ganz gut mit. Und wenn dich jetzt ein Kunde fragt, Daniel, ich bin jetzt da gewesen, beziehungsweise ich habe schon ein Zoom-Meeting oder ein Zoom-Gespräch mal gehabt, so wie wir auch mal ganz am Anfang unser erstes Zoom-Meeting hatten, hast mir tolle Immobilien gezeigt, aber dann kommt dann halt so manchmal die Frage, warum soll ich, jetzt bin ich da gewesen, warum soll ich ausgerechnet bei dir kaufen, weil es gibt ja so viele Makler auf Zypern oder auch manchmal sogenannte Makler, die dann dort versuchen, die Immobilien zu vermitteln. Ja, gute Frage. Für mich als erstes ist es erstmal wichtig, du musst ein gewisses Bauchgefühle haben und entwickeln und das kriegst du schon im Zoom-Call mit mir, deswegen machen wir das Ganze, wir sind ja relativ eng im Kontakt, wenn Fragen da sind, sind wir per WhatsApp erreichbar und dann lernt man sich auch auf der Insel nochmal kennen. Und wenn du ein gutes Bauchgefühl hast, das ist schon mal, würde ich sagen, eine gute Grundlage dafür und dann wirst du auch sehen, wie ich arbeite hier. Ich mache ja nicht einfach nur eine Tour zu den Immobilien oder von der eine zur nächsten Immobilie, sondern ich nehme ja wirklich Zeit, den Menschen auch die Region, das Umfeld zu zeigen und vor allem auch genau die Dinge zu zeigen, die gewünscht sind. Und es gibt viele Leute hier, die wollen natürlich viel Geld verdienen und natürlich will ich auch Geld verdienen, na klar, deswegen mache ich das Ganze. Logisch. Nur ich kann natürlich gutes Geld verdienen, indem ich anderen genau die Dinge zeige, die sie sich auch wünschen, viel Zeit zu verlieren und dann aber auch ein Gefühl zu entwickeln, kann man sich das auch für die Zukunft perspektivisch hier vorstellen. Du kriegst also nicht nur die Immobilie einfach geliefert, sondern du kriegst ein Komplettpaket von, man holt dich am Flughafen ab, bringt dich zur Unterkunft und wir zeigen in der Region die Hotspots, die eben vor allem gewünscht sind, die man vorher gemeinsam besprochen hat und dann geht man die auch gemeinsam hier vor Ort durch. Das ist ein wichtiger Aspekt und dann am Ende auch die Nachbetreuung. Ich meine, wie lange sind wir jetzt im Kontakt, du hast es schon gesagt, über ein Jahr. Länger von? Früher 23. Also wenn wir da, da bin ich gekommen und ich meine, wir hätten sogar vorher noch ein paar Monate vorher, vielleicht sogar Ende 2022 gesprochen. Genau. Was also wichtig ist, auch der Service danach logischerweise. Also es wird immer wieder zu Fragen kommen, egal wie man sich vorbereitet hat und dann ist es gut, wenn du einen Ansprechpartner vor Ort hast. Gerade heute zum Beispiel hat mich, ich glaube die Namen da, wie ich nenne, Annette und Frank, ein Foto und Video geschickt, dass ich für die schon mal Katzenstreu gekauft habe, Katzenklo gekauft habe, weil die eben zwei Katzen mitbringen. Die wandern hier aus, kommen am 25. und haben auch da Fragen gehabt, wie mache ich das mit dem Umzug, bringe ich meine eigenen Möbel mit, kann ich hier welche bestellen, wie ist es mit den Katzen, kann man die rüberbringen. Und da sind wir natürlich auch da, das ist auch vorhin am Anfang schon angekündigt, ich mache das nicht mehr nur alleine, kann ich auch nicht mehr bei den Anfragen, die wir haben. Deswegen habe ich ein wundervolles Team, wo jemand immer da ist als Ansprechpartner und da geben wir einfach unser Bestes und haben Spaß dabei. Ja, das kann ich alles so bestätigen und wie ich in der Einleitung auch schon gesagt habe, ist es halt echt ein Unterschied, ob du jemand bist, der direkt dort lebt, vor Ort. Du holst ja quasi deine Kunden auf die Insel und es gibt ja viele in dem Markt, die mal eben gerade sich überlegen, ich mache jetzt mal einen auf Immobilienmakler und eigentlich leben die gar nicht da, weil die könnten dann ja nachher auch sagen, ach, war alles irgendwie doch nicht so gut, ich bin da mal wieder weg. Und du bist ja auf jeden Fall die ganze Zeit auch vor Ort und das finde ich halt auch sehr sympathisch. Das, wenn ich noch kurz ergänzen darf, bringt mich noch zu einem wichtigen Punkt. Gerade auch, es gibt viele Makler, nicht nur Makler, sondern auch viele Bauträger. Und genauso wie es gute Makler und gute Bauträger gibt, es gibt auch schwarze Schafe unter denen. Und ob der nicht vor Ort lebt, weiß gar nicht oder kann gar nicht diese Informationsdichte hier, die wir haben, überblicken und da gezielt auch die richtigen Bauträger herausfinden, wo man weiß, Grundbuch funktioniert. Also ist vorhanden, Title Deed ist da, gibt es keine Grundschuld. Und viele, die einfach kommen, um hier Geld zu verdienen, die vorher keine Makler waren, wissen gar nicht, worauf die da achten müssen. Und aus dem deutschen oder europäischen nach hier noch Zypern kann man es auch nicht eins zu eins übernehmen. Hier gibt es nochmal bestimmte Geflogenheiten. Ja, und wenn ich jetzt an der Stelle mich erinnern darf, dass du mal auch erwähnt hast, was ich richtig auch interessant und gut fand. Zypern ist ja eine Insel, wo doch sehr überwiegend Englisch gesprochen wird. Allerdings ist das, wenn man jetzt als deutscher Makler oder englischer Makler, whatever, da mit seinem Team unterwegs ist, auch nicht so richtig glücklich, wenn man in seinem Team nicht gute Kontakte hat zu den Behörden, die dann wiederum ja in erster Linie schon hier und da mal auch türkisch oder ich weiß nicht, ob es griechisch auch ist. Na gut, in dem türkischen Teil wohl weniger. Aber da muss man ja sehr gute Kontakte haben. Und da erinnere ich mich, dass ihr sehr gut aufgestellt habt, weil ihr ja bei euch in der Mannschaft auch Leute habt, die teilweise in der Behörde oder in der Regierung sitzen, um vielleicht Informationen aus der ersten Quelle zu bekommen. Ja, also vollkommen richtig. Das ist extrem wichtig, um die Informationen zu bekommen, Dinge zu beschleunigen. Egal wo, in welchem Land, ist es ja so, dass die in der Regierung wenig arbeiten. Habe ich zumindest immer das Gefühl. Da schreibt die sich immer voll und wird nicht Lehrer bei denen, wenn ich mal da bin. Und da kann es auch passieren, dass mal die Mappe von unten mal nach oben rutscht und eher bearbeitet wird. Ich dachte, das wäre nur in Deutschland so. Okay. Das ist überall so. Anderes Thema. Letzte Frage vielleicht noch. Warum wäre es einfach eine gute Idee, einfach mal drei, vier Tage jetzt in den kommenden Wochen vielleicht wirklich auch dieses Jahr noch zu nutzen? Nicht nur wegen dem schönen Wetter. Ich glaube, das müsste ich gleich mal einblenden. Also das, was man im Hintergrund sieht, das ist ja noch harmlos. Wir haben jetzt den 16. Oktober. Ja. 17.30 Uhr. Ich sitze jetzt hier natürlich. Kurze Hose sieht man jetzt nicht. Ja, ja. Alles gut. Ich bin schon neidisch genug. Also was wäre halt, warum wäre es eine gute Idee, jetzt vielleicht mal einen Kurztrip nach Zypern zu machen? Gerade auch außerhalb der Ferienzeit sind die Flüge echt super günstig. Welche Vorteile haben die etwas schnelleren Investoren auf Zypern? Ja. Also man kann hier ganz stark sehen, auch in den letzten zwei, drei Jahren oder auch wenn man die letzten 15 Jahre zurückschaut, dass die Immobilienentwicklung hier einfach kontinuierlich voranschreitet. Wir haben hier auch internationale Kunden. Also wir sprechen nicht nur von einem deutschen Markt oder einem britischen Markt, sondern Skandinavier kommen hier hin, Iraner kommen hier. Also wir sind sehr international. Und dadurch, weil wir ja nur hier auf einer kleinen Insel sind, ist die Fläche und vor allem auch die Immobilien, die guten Immobilien, schönen Standorten rar und limitiert. Deswegen, wenn du die besten Immobilien dir sichern möchtest, solltest du einfach keine Zeit verlieren und drüber nachdenken, sondern du solltest es lieber jetzt handeln und dann nachdenken, weil dann wird dir auf jeden Fall im Wert steigen. Du wirst den guten Platz gesichert haben. Und man weiß auch aktuell nicht hundertprozentig, wo die Situation hingeht von den Gesetzen. Die ändern sich ja hier gerade, weil eben viele Menschen aus dem Ausland investieren. Versucht auch das Government, die Regierung etwas zu limitieren. Du kannst nicht mehr unbegrenzt Immobilien kaufen, wie das vor einem halben Jahr noch der Fall war. Es ist begrenzt worden auf eine Person, die eine Immobilie kaufen kann. Und ab dem 22. November werden sich auch wieder Gesetze ändern, wo es vielleicht sein kann, dass man eine Zeit lang gar keine Immobilie mehr kaufen kann als Ausländer. Vielleicht kann man wieder mehrere Immobilien kaufen, das weiß man nicht. Aber du solltest die Chance nicht verpassen, nach dem 22. erst zu kaufen, weil wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Und vielleicht ist es dann als Ausländer nicht mehr erlaubt. Okay. Und kaufen heißt wirklich Kaufvertrag beim Notar oder Kaufvertrag beim Bauträger unterschreiben? Kaufvertrag beim Notar. Okay. Und dann sollte man tatsächlich in Erwägung ziehen, das Ganze dann aber auch fix im Ende Oktober oder irgendwann die nächsten Wochen durchzuziehen, wenn man schon lange damit liebäugelt. So sieht es aus, genau. Wer da Unterstützung braucht, da helfe ich sehr, sehr gerne. Und ich glaube... Perfekt. Also wir machen es so. Erstmal vielen lieben Dank. Das ist für heute erstmal schon ein guter, gelungener Einstieg. Danke dir erstmal für deine Zeit. Ich werde unter dem Video auf jeden Fall nochmal einen Link einstellen, wo Interessenten jederzeit bei euch den Wunschtermin mal aussuchen können, um vielleicht einen 1 zu 1 Zoom auch zu vereinbaren. Und ansonsten werden wir immer mal wieder einen Austausch haben, wenn ich mit meiner Community gesprochen habe, wo man vielleicht zwei, drei weitere Fragen brennende hat, die wir dann sonst in dem nächsten Step mal einfach mit wieder veröffentlichen. Ja? Ja, sehr gerne. Super. In dem Sinne, ich danke dir und hab auf jeden Fall noch einen sonnigen Restabend, mein Lieber. Ja, vielen Dank. Das wünsche ich euch auch. Danke, danke. Bis dann.